Ich bin jetzt bei der VR-Bank seit Dezember 2023. Ich war seit meiner Ausbildungszeit als Fotografin tätig. Ich habe ein bisschen geregeltere Arbeitszeiten als vorher, unterhalte mich kurz noch mit den Kollegen, tue mich nochmal kurz schließen, ob es noch Informationen vom Vorteil gab und bin jetzt eigentlich im Kundenservice-Center tätig und beantworte im ersten Moment die ganzen Anrufe, die bei uns reinkommen. Mir gefällt besonders gut bei der Bank jetzt zu arbeiten, das Arbeitsklima unter den Kollegen, die doch sehr angenehmen Arbeitszeiten mit. Ich brauche jetzt am Wochenende, kann ich mich um meine Tochter kümmern und die Familie. Es ist ein komplett neues Aufgabengebiet für mich und auch eine Herausforderung, aber auch sehr spannend. Die VR-Bank unterstützt die Quereinsteiger in dem Sinn, dass wir wahnsinnig viel Unterstützung bekommen, unsere Fragen alle, soweit es geht, perfekt beantwortet sind. Wir Schulungen bekommen, dass wir auch ins Bankwesen ein bisschen oberflächlich mit reingebunden werden können und es ist immer jemand da, den wir fragen können und es bleibt auch nichts unbeantwortet. Ich schätze sehr jetzt an meinem neuen Arbeitgeber die doch angenehmeren Arbeitszeiten. Ich brauche am Wochenende nicht mehr an die Arbeit denken, sondern kann mich dann eben Familie und meinen Hobbys widmen. Das ist schon ein sehr großer Bonus.